Hier hat uns eine Karte von einer Dame aus Rudolstadt erreicht. Liebe Menschen, die irgendetwas mit dem Rudolstädter Theater zu tun haben, ich wünsche Ihnen ein entspanntes Durchhaltevermögen und die Hoffnung, dass im neuen Jahr die frohe Botschaft, es geht weiter, kommt. Unser Theater ist die Bereicherung in Rudolstadt und Umgebung. Bleiben Sie optimistisch und gesund. Und das wünschen wir Ihnen auch. Vielen Dank für die Karte.